Mein Name ist Björn, technischer Außendienstmitarbeiter der Firma KS Tools. Ich möchte euch jetzt unseren Mini-Handumschaltknarrensatz Viertelzoll, Dreiechtelzoll und Halbzoll vorstellen. Am Beispiel der Dreiechtelzoll-Knarre, die mit 72 Zähne verzahnt ist, eine Umschaltfunktion hat nach links und rechts, eine Kugelarretierung. Sie sind besonders geeignet bei engen Platzverhältnissen und sie ermöglichen mir ein schnelles Verschrauben. Unsere Mini-Handumschaltratschen sind ein idealer Helfer für eine Vielzahl von Verschraubungen auf engstem Raum.